Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 547. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, italienische Reise, genau. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und weil es heute damit weitergeht, womit es das letzte Mal aufgehört hat mit dem DIA-Abend Teil 2 und weil ich gerade so ein bisschen in Hektik bin, wir haben hier zu Hause ganz viele Sachen zu tun und wer es genauer wissen möchte, sollte vielleicht den nächsten Realitätsabgleich hören, da werde ich das ausführlich erzählen, was alles los ist. Es ist aber alles unter Kontrolle und nichts Schlimmes. Es führt nur dazu, dass ich mich im Moment wenig inhaltlich auf andere Sachen konzentrieren kann. Deswegen entfällt der heutige Haltungsblog. Damit geht es in der nächsten Episode wieder weiter. Es gibt ja keinen Grund, dass hier jedes Mal unbedingt in einen Haltungsblog kommen muss. Heute fällt er mal aus. Ihr kennt meine Haltung mittlerweile ganz gut. Ich werde trotzdem in einer der nächsten Episoden damit weitermachen. Ich wollte ja noch ein paar weitere Vermutungen aufführen, warum die Leute AfD wählen. Da kommt noch was und vielleicht kommt ja auch irgendwann was anderes als AfD im Haltungsblog. Deswegen springen wir doch einfach mal direkt in den nächsten Teil des DIA-Abends. Ich hatte ja in der letzten Episode ausführlich erzählt von meinem Yosemite-Urlaub und war nur über London dann letztendlich nach Yosemite gekommen und hatte vom ersten Tag erzählt. Jetzt geht es also weiter. Zweiter Tag, das ist dann also der Samstag im Yosemite. Da haben wir einen Ausflug gemacht zum Mariposa Grove. Kennt ihr auch schon, das ist so ein Wald von Mammutbäumen in der südlichen Ecke vom Yosemite-Nationalpark. Da muss man also aus dem Yosemite-Valley rausfahren für Vona Road und dann nicht links abbiegen zum Glacier Point. Das ist eh gesperrt im Winter. Da braucht man Schneeketten. Da stehen dann immer, dann hätte ich auch ein Foto machen müssen eigentlich. Da stehen dann so Schneeräumfahrzeuge rum und sowas, damit die Skifahrer da vielleicht irgendwie hin können. Ich weiß nicht genau, was die da machen. Genau, aber schon vorher haben wir angehalten beim Tunnel View. Da muss man ja auch dran vorbeifahren, wenn man da nach Süden rausfahren will Richtung Mariposa Grove. Und wir sind einfach nochmal zu dem gleichen Spot gegangen wie am Tag vorher. Ich hatte ja schon am Tag vorher, in der letzten Episode, hatte ich euch ein Bild vom Tunnel View gezeigt. Da war schönes Wetter. Jetzt am zweiten Tag war es sehr wolkig und das sah total spektakulär aus. Also das erste Bild, was ihr habt, ist halt wieder an dem gleichen Spot wie vorher, den ich da über dieses Yosemite-With-A-Leica-Video gefunden hatte. Der umgefallene Baum etwas oberhalb des Parkplatzes am Tunnel View. Und da waren dann halt so Wolken, die so durchs Tal gelitten und der Kapitan eingehüllt haben oder irgendwo so rumhingen. Und das sah total schön aus. Da haben wir dann spontan... Und das Zweite in diesem Album ist tatsächlich kein Bild, sondern ein Video. Genau, ihr könnt aber mal zum Zweiten gehen und euch ein Video angucken. Das ist eine Timelapse. Also ich habe dann mein iPhone auf mein Stativ gestellt. Mein Stativ hat glücklicherweise so eine Telefonhalterung. Und dann gesagt, hier liebes iPhone, mach doch mal eine Timelapse. Und habe das eine halbe Stunde laufen lassen. Aus dieser halben Stunde sind dann irgendwie so 30 Sekunden geworden oder so. Zeitraffer. Timelapse ist das englische Wort. Zeitraffer. Und das sieht ganz lustig aus, weil wenn man mal auf den Wasserfall schaut, den Bridal Veil Fall, der jetzt auch schön irgendwie positioniert ist in dem Video. Der sieht so aus, als ob da gerade ein kleines Kind am Stohlern ist oder so. Das ist sehr hektisch. Wie der hin und her wackelt. Und die Wolken ziehen halt so ganz majestätisch wunderbar dramatisch durch dieses Tal. Ziehen unten über die Baumwipfel, schmiegen sich an die Felswände. Und das ist ganz toll. Und davor ist halt nochmal ein Foto davon. Ich habe dann ja in der Nacht meine Nikon Z8 bekommen und konnte dann irgendwie fotografieren. Ich habe weiterhin von Jens das 24 bis 120 Millimeter Blende 4 Objektiv ausgeliehen. Und damit ist mir dann dieses Bild geglückt. Und ich mag das sehr, sehr gern. Auch mit dem komischen halbkahlen Baumwipfel, der links ins Bild ragt und den Ehrkapitän so ein bisschen einrahmt. Und ja, das war ein ganz, ganz toller Moment da oben. Also ein langer Moment. Wir haben da bestimmt eine halbe Stunde. Ne, also eine halbe Stunde, weil der Zeitraff war schon. Wir haben bestimmt ein Dreiviertel oder eine ganze Stunde an diesem Spot gesessen, gestanden, fotografiert und genossen. Interessanterweise sieht man jetzt den Half-Dome nicht. Also weder im Video noch im Foto sieht man Half-Dome, weil der halt hinter Wolken ist. Es nimmt dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also wenn man Half-Dome sehen will, da gibt es ja genug Fotos von. Ich mag das total gern. Das dritte Bild ist vom gleichen Spot. Und jetzt sehe ich hier gerade, das hat Jens gemacht. Das hat gar nicht ich gemacht. Da haben wir dann das Nikon 100 bis 400 Millimeter auf meine Nikon Z8 gemacht, weil seine Nikon war gerade am Timelapse machen. Er hat nicht sein Telefon benutzt für die Timelapse, sondern seine Kamera. Und hatte dann entsprechend gerade keine Kamera zum Fotografieren. Dann habe ich ihm halt meine geliehen, weil er hatte mir am Vortrag seine geliehen. Und dann hat er damit ein bisschen fotografiert. Ja, das ist auch irgendwie der L-Kapitan und ganz hübsch wie die Wolken hier die Kontraste zwischen den unterschiedlichen Ebenen aufbauen. Sehr schön gelayertes Bild von Jens. Und das nächste auch, das kann gar nicht sein. Das habe ich doch gemacht. So eine Nahaufnahme von einem abgebrochenen Baum. Vielleicht hat er es auch gemacht. Vielleicht haben wir nicht ganz richtig aufgepasst. Wir haben das mit der Benamsung der Dateien gemacht. Egal. Das nächste Bild ist zumindest Borke von einem Mammutbaum. Bei einem Mammutbaum ist das ja nicht so schlimm, wenn es mal brennt. Die haben eine ganz dicke Borke, die extra dafür da ist, dass sie dann irgendwie richtig abbrennt. Und ich glaube, die brauchen auch die Asche von solchen Waldbränden, um richtig wachsen zu können. Und ich mochte hier die Farben, das Schwarz von den verkohlten Rinden und das Rot von der Borke. Ja, sehr schönes Bild. Genau. Das nächste ist wieder so ein Manzanita-Busch. So und dieser hier ist jetzt oben im Mariposa Grove. Der ist wieder einer mit wenig Silber. Also wenn man reinzoomt, dann sieht man weiter hinten im Busch, sieht man diese etwas silbernen Äste von diesem Manzanita. Aber man kann sehr gut das Rot sehen. Also diese ganz leuchtend roten, dicken Stämme und dann die hellgrünen, sukkulentenartigen Blätter. Und ich habe das jetzt mal hier so ganz verträumt editierend mit einer intensiven weißen Vignette. Oben links, der Bildrand war sowieso weiß, weil dahinter waren weiße Wolken. Und dann dachte ich, mache ich halt noch ein bisschen mehr weiß und stelle diesen Busch ein bisschen frei. Genau, so sieht ein Manzanita-Busch aus. Da oben. Das nächste Bild sind Äste von einem Mammutbaum im Gegenlicht. Das hat mir gefallen, weil es diesen Schwarz-Weiß-Charakter hat. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Schwarz-Weiß-Edit, was ich da gemacht habe? Color. Ja, habe ich auf Schwarz-Weiß umgestellt. Aber wenn ich Schwarz-Weiß ausmache, macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Also ein bisschen bläuliche Farbe ist noch drin, wenn man Schwarz-Weiß ausmacht. Aber insgesamt war es eh schon wenig. Das war tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Moment dort. Genau, die nächsten paar Aufnahmen sind aus meiner Mastodon-Serie. Ich habe auf Mastodon, das ist ja das Social Network, was ich mittlerweile viel lieber benutze als Twitter und Facebook und Instagram. Meine Accounts bei Facebook und Instagram sind übrigens auch deaktiviert. Da kann man mich gar nicht mehr erreichen. Und Twitter benutze ich schon lange nicht mehr. Also Mastodon oder Pixelfat ist so das Social Network meiner Wahl. Es mag vielleicht ein bisschen komplizierter erscheinen als Instagram, ist es aber eigentlich auch nicht. Man muss sich halt nur einen Server aussuchen. Das ist so ähnlich wie bei E-Mail. Da muss man sich auch einen Server aussuchen oder einen Anbieter, wo man seine E-Mails haben möchte. Hotmail, Gmail, Gmx, keine Ahnung was. Oder halt dann Anbieter. Und man kann trotzdem Leuten auf anderen Servern E-Mails schicken. Genauso ist es auch bei Mastodon. Also einfach irgendwo anmelden. Dann könnt ihr mir folgen. Ich bin auf dem Server chaos.social. Da ist aber üblicherweise eine Aufnahmesperre. Der soll nicht so groß werden. Deswegen könnt ihr euch eventuell nicht bei chaos.social anmelden. Aber ihr könnt euch dort, mich dort folgen, wenn ihr euch auf Mastodon.social oder irgendwo anders anmeldet. So und Bilder purt sich meistens auf Pixelfat.de. Ihr könnt euch auch bei Pixelfat.social oder irgendwo anders anmelden und mir trotzdem bei Pixelfat.de folgen. Und hier habe ich dann mit dem Zoom-Objektiv 180 bis 600 sehr nah ran mich immer gesoomt an diesen Baumstamm. Ich glaube, das ist auch ein Mammutbaum auf dem ersten. Und dann da halt die kuscheligen grünen Mose fotografiert. Und da war es mir wichtig. Also ich stand dort und habe gestaunt, wie grün das ist. Und dann habe ich das fotografiert und auf dem Foto war es gar nicht so grün. Und ich musste dann mit Color Mix die Sättigung vom grünen und die Luminance ein bisschen hochziehen, damit das überhaupt diesen Eindruck gemacht hat auf dem Foto, wie es auch in Natura auf mich wirkte. Da war Out of Cam irgendwie nicht möglich. Es wirkt jetzt fast schon ein bisschen absurd, aber es sah halt auch wirklich absurd grün aus, das Moos an diesen Bäumen. Ja, genau. Das nächste ist wieder ein Baumstamm mit Moos, mit noch viel mehr Moos. Da war richtig was los mit dem Moos. Und schwarz verkohlte Äste als Kontrast zu dem hellen Grün. Das nächste Moos liegt auf einem Stein, einem großen Fels. Also vielleicht war es auch einfach ein Teil vom Berg. Oder war das ein einzelner Stein, weiß ich nicht mehr. Und da sah das Moos so aus, wie wenn man von ganz weit weg einen Wald, einen Laubwald fotografiert. Fand ich total nett. Also wenn man da näher heranzoomt, kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber direkt über dem Moos liegt ein Riesenbaumstamm mit einer ganz hübschen Maserung. Da waren wohl auch so Termiten am Berg oder irgendwas, was da so Linien unter die Borke gefressen hat. Und die Borke ist jetzt ab. Und man sieht diese Linien auf einem Fels. Und das nächste Bild ist nochmal ganz nah ran an den Baumstamm mit dem Moos. Das ist dann tatsächlich mit Brennweite 600 mm und Blende 6.3. Da ist dann auch gleich der Hintergrund sehr unscharf. Ja genau, da kann man ganz ganz genau gucken, was das für ein Moos ist. Wenn ich jetzt irgendwie Moosexperte wäre, könnte ich auch sagen, wie das Moos heißt. Bin ich aber nicht. Genau, das nächste Bild ist mehr so dokumentatorisch. Am Eingang vom Mariposa Grove ist so eine Bronze-Skulptur, die als Karte auch dient. Steht dann unten Mariposa Grove of Giant Seguires, also Mammutbäume. Und ein Maßstab, wie weit das alles ist. Und dann kann man sehen, was es für Wanderwege gibt. Das ist auch so in 3D. Also die Hügeligkeit dieser Sektion ist auch abgebildet. Und ein abgegriffelter goldener Stern, da wo es losgeht. Und ein abgegriffelter Grizzly Giant dann eben den Weg runter. Und man sieht halt die ganzen, die Größen der Seguires aufgetragen auf dieser Karte. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr, die dann eben kleiner sind und nicht hier schon abgebildet sind. Und das ist ganz lustig, weil die haben halt den ersten Wanderweg quasi zwischen der ersten Gruppe der Seguires durch bis hin zum Grizzly Giant und dann irgendwie auf der einen Seite wieder zurückgeführt. Und dann ist ganz weiter hinten nochmal eine sehr große Gruppe von weiteren Seguires. Da muss man auch eine ganze Weile gehen. Das haben wir dieses Mal nicht geschafft. Das hatte ich ja damals mit Tom und Stefan, nicht Sebastian, Stefan gemacht. Genau, dazu gibt es dann eine andere Episode. Ja, aber ich mag diese Karte ganz gern. Musste ich nochmal fotografieren. Habe ich glaube, ich habe das mal auch schon fotografiert. So, und dann das nächste Bild ist der Wanderweg. Der Eingang quasi in diesen Mariposa Grove of Giant Seguires und das ist unglaublich. Also diese Wanderwegeinzäunung, so ein Handlauf, der ist halt so auf Hüfthöhe mit so Schildern, wo man was lesen kann. Und wenn man denkt, also das ist halt 4-Scale, Hüfthöhe, Begrenzung 4-Scale und die Bäume ragen oben aus dem Bild raus. Das ist also, hochkant fotografieren hat trotzdem nicht gereicht. Mit, also ich habe auch angesucht, warum 34 Millimeter, ich hätte auch 24 machen können. Naja, eigentlich schneidet man ja Baumkronen nicht oben ab, aber hier finde ich es sogar angemessen. Die hinteren Bäume sind auch komplett drauf. Der vorderste ist oben abgeschnitten und ja, das lässt einen dann ja auch nur erahnen, dass es da oben nochmal weiter geht. Ich glaube, so viel weiter ging es gar nicht, aber dadurch, dass es abgeschnitten ist, könnte man denken, es geht noch unendlich viel weiter und die sind einfach unfassbar hoch, diese Bäume. Ja, und man geht da rein und man fühlt sich einfach sehr, sehr klein und unbedeutend und ich finde das immer sehr, irgendwie sehr schön, da durchzugehen. Genau, das nächste Bild ist wieder eine Detailaufnahme von den angekokelten Baumstümpfen. Aber wie gesagt, die Feuer dort sind nicht schlimm. Das nächste Bild ist eine Aufnahme von Bachelor and Three Graces. Die dritte Grace ist leider hinter dem Bachelor, also es sind vier Marmutbäume. Der erste vordere ist ein bisschen dicker und hat so einen ganz dicken Fuß, das ist der Bachelor. Und dahinter stehen drei schmalere und das sind die Three Graces, die so benannt worden sind. Ich weiß nicht, warum sie so benannt hat. Und die habe ich auch wieder so fotografiert, dass sie oben abgeschnitten sind, einfach damit man das Schild lesen kann. Man weiß ja, dass diese Bäume hoch sind und tatsächlich, wenn man durchgeht durch den Wald, sieht man ja auch nicht immer alles richtig. Und das habe ich sogar dann auch mit 24 Millimeter fotografiert. Viel weiter, da hätte ich halt weiter weglaufen müssen, tatsächlich, um sie ganz drauf zu haben. Ja, das nächste Bild ist Jens vor dem Grizzly Giant und da sieht man auch das Schild. Man kann das Schild lesen, Grizzly Giant heißt dieser Baum. Der hat so eine ganz große Auskerbung, da könnte man quasi reingehen. Darf man natürlich nicht, weil damit macht man da höchstens irgendwelche Sachen kaputt. Und man sieht, wie dick dieser Baum ist. Man sieht hier jetzt nicht, wie hoch er ist, aber man sieht, wie dick er ist. Jens passt da bestimmt irgendwie zehnmal davor, vor diesem Baum. Das ist von relativ weit weg fotografiert, mit dem 24 bis 120, bei Brennweite 120. Und ja, Jens vor Scale sozusagen, von relativ weit weg fotografiert, damit die Breite des Baumes irgendwie gut wirkt. Auf dem nächsten Bild, mich fasst ganz drauf. Ich sehe gerade, ich habe es auch oben, einen ganz kleinen Stück von der Baumkrone abgeschnitten. Das ist der California Tunnel Tree, heißt der. Und der heißt so, weil er unten eine breite Lücke hat, da kann man durchgehen. Ich glaube, da kann man sogar mit einem schmalen Auto, kann man da durchfahren, durch diesen Tunnel. Und der lebt da trotzdem. Also dem geht es gut, dem Baum. Und er hat trotzdem einen großen Durchgang. Da kann man reingehen. In den Baum haben ganz viele Leute was in die dort dann offenstehende Rinde. Rinde ist es dann ja nicht, ne? Wie heißt denn das dann? In das Holz, was man dort sieht, vom Baumstamm Sachen reingeritzt. Das finde ich eigentlich blöd, dass man das tut. Aber einer war lustig, der hat reingeschrieben, also die meisten schreiben ihren Namen und ein Datum, wann sie da waren. Und einer hat geschrieben, Jesus, 25 oder 16 nach Christi Geburt oder so. Und tatsächlich stand der Baum ja schon zu dem Zeitpunkt. Also das ist halt auch wieder so ein Baum, der ist 2000 Jahre alt. Oder mehr als 2000 Jahre alt, deswegen war er bei Christi Geburt dann auch schon da. Er hatte zu dem Zeitpunkt aber wahrscheinlich noch keinen Tunnel. Der war dann ja auch klein. Und es war nicht Jesus, der sich da eingetragen hat. Jesus war auch, glaube ich, nie in Amerika. Ja. So, und das nächste Bild ist tatsächlich der Grizzly Giant. Weil wenn man den Wanderweg weitergeht, dann kommt man da drum herum. Und dann kann man ein Bild vom ganzen Grizzly Giant Tree machen. Ihr seht unten den breiten Fuß vom Grizzly Giant Tree. Und ich habe versucht, die Kamera einigermaßen gerade zu halten, also sehr weit hoch zu halten. Trotzdem kippt der Baum natürlich oben so ein bisschen nach hinten. Das ist die Perspektive. Der ist schon sehr gerade. Er hat einen ganz hohen, sehr, sehr dicken Stamm. Und erst irgendwie ab der Hälfte des Stamms oben entwickeln sich dann Äste zur Seite. Es gibt einen ganz dicken Ast, der so gerade zur Seite und dann nach oben geht. Der sieht aus wie ein Arm. Der ist jetzt aber hier leider hinten im Bild. So, das nächste Bild ist wieder verkohlter Baum, verkohltes Holz. Aber das sieht so ein bisschen aus wie ein Mund mit so einem Zahn, der da so reinguckt. Deswegen fand ich das ganz nett. Warum habe ich das Bild Making Cool genannt? Naja, das nächste Bild ist wieder verkohltes. Das ist aber lustig, weil da ein umgefallener Baum stammt. an dem Baum drangelegt war. Und dann kam offenbar das Feuer. Und dann hat das Feuer so die Hälfte von dem Baum weggefressen. Und auch den runtergefallenen Baumstamm angekokelt. Und dann konnte der aber da quasi reinrollern. Das heißt, der Baumstamm liegt so zur Hälfte in dem anderen Baum drin, ohne eingewachsen zu sein, sondern durch das Feuer reingefressen. Fand ich ganz lustig. Motiv. Ja, das nächste Bild ist einfach mal der Wanderweg, um zu dokumentieren, wie schön das ist, dort wandern zu gehen. Ein ganz schöner Weg durch den Wald. Links geht der Hang hoch, rechts geht er runter. Überall stehen große Bäume. Einige Baumstämme liegen so rum. Ich möchte gleich wieder wandern gehen, wenn ich das sehe. So, das nächste Bild ist wieder verkohlter Baum, diesmal mit Loch. Kann man durchgucken. Und ich habe versucht, im Hintergrund irgendwas zu framen, was da irgendwie hinter dem Loch sichtbar sein könnte. Ist mir leider nicht geglückt. Dafür ist im Hintergrund schön verschwommen, unscharf der Wald, links mit rötlichen Tannennadeln und rechts grün. Ja, und dann nochmal Weitwinkel, so ein bisschen nach oben gekippt. Einfach die Höhe der Bäume muss man ja irgendwie darstellen. Das ist tatsächlich mit dem Handy gemacht und nicht mit der Nikon-Kamera. Und mit dem Handy habe ich dann auch die Ultra-Weit-Kamera benutzt. Also 0,5-fach Vergrößerung. Das ist 2,22 Millimeter Brennweite auf einem ganz kleinen Sensor. Ist ja auch egal. Aber dieses Bild ist für mich so sinnvoll. Man guckt hoch und man guckt einfach bis in den Himmel, wo dann irgendwann die Baumwipfel sind. Und man fühlt sich sehr, sehr klein, wenn man dieses Bild anschaut. Genau, nun sind wir rausgegangen aus dem Mariposa Grove. Jens ist vorweggegangen und ich mochte den Weg da auch ganz gerne. Da gibt es eine Straße, die kann man nicht hochfahren. Unten an der Straße ist ein Parkplatz. Es gibt im Sommer einen Bus-Shuttle, der einen dann diese Straße hier hochbringt, wenn man die nicht laufen will. Es gibt noch einen Wanderweg durch den Wald. Da sind wir jetzt aber nicht längst gegangen, weil hier auf der Straße wenigstens die Wegverhältnisse ganz nett waren. Und ich mochte das Bild, weil das so mit seinem Hut und dem großen Rucksack vollgepackt auf der glänzenden, nassglänzenden Straße. Da schmilzt nämlich was. Und das nächste ist wieder kein Foto, sondern ein Video. zeigt quasi den Rand dieses Schneefeldes. Und das ist so lustig, weil von unten schmilzt da was weg und da kommt so Schmelzwasser unterdurchgelaufen. Das macht dann so dunkle Flecken unter dem Eis. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob da Kaulquappen drunter durchschwimmen. Ist aber halt nur so eine Wassertropfen, die sich da drunter durchwimmeln. Aber ich mochte, ich bin da stehen geblieben und habe mir ganz lange diese Wassertropfen angeguckt, die da unter dem Eis längst gelaufen sind. Dachte, das halte ich auch mal fest und probiere nochmal die Videofunktion von meiner Kamera. Ich glaube, das habe ich mit der Nikon gemacht. Warum kann man das hier nicht erkennen? Weiß ich nicht. Naja. So. Und das war es vom Samstag. Dann kommen wir jetzt mal zum Sonntag. Das Bild fängt ganz klassisch wieder an mit einem Foto vom Hafdom. Da sind wir allerdings schon ein ganzes weit hoch. Denn am Sonntag sind wir recht früh aufgestanden. Weil wir am Sonntag dann ja auch nach San Jose fahren mussten zum Arbeiten am nächsten Tag. Das ist dann nochmal vier Stunden Weg gewesen. Und vorher wollten wir noch was wandern. Und wir haben uns entschieden, dass wir dann doch noch die Wanderung zum Upper Yosemite Fall machen wollen. Den Lower Yosemite Fall haben wir ja schon gesehen. Und der Upper Yosemite Fall, da muss man halt so ein bisschen in Serpentinen den Hang hoch. Das ist ein recht schöner Weg zum Wald, aber man sieht die meiste Zeit über nichts. Aber ab und zu kann man dann von diesen Serpentinen rausluschern. Und dann sieht man meistens den Hafdom. Und dann kann man den immer mal wieder fotografieren. Und hier mit dramatischen Wolken am Himmel und einer kleinen Wolke, die sich noch im Tal rumlungert. Man sieht auch den Talboden da unten. Also ich bin da schon auf einiges an Höhe hochgestiefelt. Oder wir. Jens und ich. Ich hatte dann ja diese Telesoom-Linse dabei, 160 bis 600 Millimeter. Und habe dann, ja, wir haben dann doch endlich Wildlife entdeckt, wofür diese Linse ja eigentlich gedacht ist. Und es war ein Buntspecht. Also mehrere Buntspechte haben wir gesehen. Also ein bisschen, naja, die haben wir bei uns im Garten auch. Buntspechte sind gar nicht so bunt, wie sie heißen. Sondern die sind im Wesentlichen schwarz-weiß. Also schwarzes Gefieder, weißer Bauch. So ein bisschen gelbliches Gesicht. Also schwarz um die Augen rum. Aber eine rote Haube oben auf dem Kopf. Die bunteren Spechte heißen Grünspecht, interessanterweise. So, und genau. Da haben wir an so einem Totenbaum, haben wir Buntspechte entdeckt. Und konnten unsere Super Teles ausprobieren. Das hat Spaß gemacht. Die haben auch gut stillgehalten. Und ich war ganz glücklich mit den Bildern. Auf dem zweiten Buntspechtfoto hat er gerade so ein Nüsschen oder irgendwas im Schnabel. Und freut sich, dass er was zu essen hat. Genau, zwei Fotos von den Buntspechten haben wir hier. Das nächste Bild ist das Avani Restaurant. Davon hatte ich auch schon erzählt, am Freitagabend waren wir da essen. So ein Grand Hotel nennt sich das. Also wirklich, die Eingangshalle ist spektakulär. Die Essenshalle sieht auch super aus. Nur das Essen ist halt das Geld irgendwie nicht wert. Leider. Ja, aber das Hotel von oben sieht auch nett aus. Genau, nächstes Bild ist wieder der Hafturm. Dann mit etwas besserem Wetter. Aber die Perspektive bringt halt immer wieder andere Berge um den Hafturm herum. Also man schaut ja auch immer weiter von oben auf den Hafturm. Man sieht immer mehr von der weißen Kuppe. Und ich finde es einfach so toll. Also vorne im Bild, also links und unterhalb vom Hafturm. Das hat auch wieder so einen Namen. Ja, genau. Die heißen Royal Arches. Und sind halt links quasi vom Hafturm, wenn man da so hochläuft. Ganz, ganz große Bögen, die in den Fels reingezeichnet sind. Von irgendwem. Sieht man zumindest ansatzweise. Genau. Dann kommen zwei Fotos rechts vom Hafturm. Wenn man diesen Weg ganz weit hoch wandert, kann man dann quasi über die Pässe da rechts vom Hafturm rüberschauen. Und da sieht man dann Mount Star King. Der ist, also der Hafturm ist ja 2694 Meter hoch. Ich habe letztes Mal Fuß angegeben. Meter ist ja viel praktischer. Mount Star King ist ein bisschen höher, 2772 Meter. Und den kann man da ganz gut sehen. Hier in einer Teleaufnahme habe ich das noch gekroppt. Nö, das habe ich nicht gekroppt. Das ist einfach das, was man da zu sehen bekommt. Hübsche, sonnige, schneebedeckte, kegelförmige Berggipfel mit dunklen Wäldern und ein paar Wolken. Und das Nächste, das musste ich dann fragen. Ich habe dann auf Masto dann gefragt, was das denn wohl für ein Berg ist, weil ich den nicht identifizieren konnte. Und dann habe ich Tipps bekommen. Es gibt Webseiten und auch eine App. Die App heißt Peak Finder, die mir empfohlen worden ist. Und damit kann man quasi schauen, was gibt es hier eigentlich so für Gipfel. So ein Peak Finder kann entweder direkt die Location vom Telefon nehmen oder man kann sagen, ich bin gerade da. Da kann man sich quasi virtuell an eine bestimmte Position begeben und sagen, ich bin gerade in Yosemite und ich laufe hier gerade den Hang hoch. Und dann sieht man quasi, wie die ganzen Gipfel heißen. Da wird einem so eine Silhouette angezeigt. Und ja, genau, anhand dieser Silhouette habe ich herausgefunden, dass das Mount Clark ist. Einer der höchsten Berge im Yosemite oder ist das schon südlich vom Yosemite Nationalpark? Also in der High Sierra, 3.513 Meter hoch. Und das war so ein bisschen schwierig zu identifizieren, weil das quasi so ein bisschen aussieht, als ob da ein Bergmassiv senkrecht in die Höhe steigt. Und irgendwie so eine ganz gerade Nase nach oben irgendwie bildet. Aber das sieht nur so aus, weil der hintere Teil vom Berg von Wolken verdeckt ist. Also es gibt ein ganz, also dieses Foto zeigt Mount Clark mit einer ganz merkwürdigen Silhouette. Es liegt aber nur daran, dass der hintere Teil der Silhouette, also der hintere Teil des Berges dann von Wolken verdeckt ist. Und ja, das fand ich ganz spannend. So, nächstes Bild ist ein Eichhörnchen. Die sind in Kalifornien alle grau. Squirrels. Es gibt dort keine roten, ich habe, glaube ich, keine oder orangenen Eichhörnchen gesehen. Ich mag unsere Orangen ja lieber. Wir haben übrigens im Garten seit kurzem ein sehr dunkles Eichhörnchen. Das ist so fast schwarz, aber hat noch so ein bisschen rötliche Sachen drin. Das sieht auch sehr schick aus. Aber diese grauen Dinger, naja, sie sind natürlich auch niedlich. Ich mag unsere Orangenen lieber. Ich hoffe, die Orangenen werden nicht irgendwann verdrängt von den Grauen, die auch schon nach Deutschland kommen. Das nächste Bild ist eine Langzeitaufnahme. Da waren wir dann endlich oben. Das ist der Upper Yosemite Fall. Man sieht ganz rechts unten im Bild, wo der Lower Yosemite Fall dann anfängt. Und ja, da haben wir dann den richtigen Spot gefunden. Genau gegenüber eine mächtige Felswand, wo dann in der Mitte ein Wasserfall runterfällt. Und noch zwei, drei Stufen trifft und unten dann einen großen Eisberg erstellt. Und da drunter über so eine Zwischenstufe mit kleineren Fällen dann irgendwie weitergeht. Genau, das war das Ziel dieser letzten Wanderung am Sonntag. Da waren wir dann mittags irgendwann da oder späten Vormittag. 11 Uhr 18 ist dieses Bild entstanden, sehe ich gerade. Und ja, das ist mit Stativ und einem ND-Filter 8 Sekunden lang bei Blende 8 belichtet. Ich glaube, es ist ziemlich scharf. Ja, Schärfe ist absolut richtig. Und ach, ich mag es. Das ist einfach der Grund, warum man da hochläuft, um diesen Blick zu haben. Und mit einer Langzeitbelichtung 8 Sekunden wird der Wasserfall dann eben so ein bisschen verschwommen. Weil das Wasser sich ja bewegt. Genau, das Gleiche habe ich dann nochmal bei 115 Millimeter gemacht, rangesoomt an den Ausgangspunkt des Wasserfalls. Und wenn man da reinzoomt, kann man links oberhalb vom Wasserfall, also zwischen dem ersten und dem zweiten Baum, sieht man das Metallgerüst, das Gitter. Also da führt der Wanderweg dann halt hin. Wir sind diesmal nicht weitergegangen. Dafür hatten wir zu wenig Zeit. Und ehrlich gesagt war ich da auch schon zu erschöpft. Und ich war ja auch ein bisschen krank. Aber da war ich vor fünf Jahren, als ich das letzte Mal dort war, mit Tom und Stefan oben. Und da kann man dann ganz nah ran an den Ausgangspunkt des Wasserfalls und dann von oben runter gucken. Das war sehr, sehr erhebend, da ganz oben zu sein. Sehr toll, genau. Kann sogar noch ein bisschen runterklettern, ohne dass man sich in allzu große Gefahr begibt. Das ist eine 10 Sekunden Belichtung. Und auch wieder mit schönen, seidigen Wasserfallverschwubbelungen. Genau. Und ich mag das, wenn das Wasser so verwaschen ist, verwackelt ist quasi durch die Bewegung. Die Felsen aber ganz knackscharf. Ja, natürlich auch Zeit für ein Selfie mit dem iPhone gemacht. Ich war dort mit St. Pauli Mütze am Upper Yosemite Fall. Genau, dann haben wir nochmal die Telelinsen dran gemacht und rangezoomt an die kleineren Wasserfälle weiter unten. Die habe ich dann auch mit kurzen Belichtungszeiten gemacht, sodass das Wasser eben nicht verwaschen aussieht, sondern dass man quasi einzelne Wassertropfen noch erkennen kann. Das sind dann zwei Bilder, die wir so gemacht haben. Und als ich dann die Telelinsen schon dran hatte, das nächste Bild ist dann ein Adler. Leider von unten im Gegenlicht. Also man kann nicht erkennen, was für ein Adler es ist. Aber es ist sehr sicher ein Adler. Ich kann ja nochmal hier... Ne, ich kann auch, wenn ich die Helligkeit ganz hoch drehe, kann ich nicht sehen. Ne, ein Weißkopf-Adler ist es, glaube ich, nicht. Vielleicht ein See-Adler. Kannst nicht sagen. Eine Silhouette in diesem Fall. Ja. So, dann, wenn ich das TLE schon drauf hatte, ich wollte es ja eigentlich nachforschen. Soll ich das jetzt mal eben machen? Ne, ich glaube, das kriege ich jetzt spontan auch gar nicht so schnell hin. Also die Felswände im Visimit-Nationalpark, wenn man die größeren Bilder gesehen hat, da gibt es halt immer wieder diese Zeichnungen drauf, diese farblichen Markierungen. Also man sieht das zum Beispiel auf dem Wasserfallbild auf der linken Seite. Da sind so farbige Streifen, die da so runtergehen. Das war auch beim Nevadafall oder Vernalfall. Kriege ich es immer durcheinander. Am Tag vorher, nee, am Freitag haben wir das schon gesehen. Da habe ich mal eine Nahaufnahme gemacht. Das sieht halt wirklich so aus, als ob da jemand mit einem dicken schwarzen Edding und mit weißen Konturstiften Sachen auf den Fels drauf gemalt hätte. Also der Fels selber ist so hellbräunlich und dann da eben diese Zeichnung drauf. Und ich weiß nicht, was das für einen Ursprung hat. Ich weiß nicht, wo diese Zeichnung herkommt, aber ich mag es total gerne. Es sieht sehr künstlerisch aus und irgendwie absichtlich. Obwohl es das bestimmt nicht ist, das garantiert natürlich. Ja, nochmal eine Nahaufnahme von dem Upper Yosemite Fall Endpunkt Plateau. Einfach, weil es da so schön ist. Genau, dann haben wir es auf dem Rückweg gemacht. Nochmal wieder Half Dome mit kleinem Wölkchen davor. Also Half Dome fotografieren kann man da halt einfach sehr, sehr oft. Und es macht einfach grandios Spaß, den Half Dome zu fotografieren, weil der so schön ist. Also der hat natürlich auch ganz starke schwarze Verfärbungen. Also der ist auf der linken Seite sogar mehr schwarz als braun. Der hat nur rechts quasi ein bisschen Fläche, wo noch nicht so viel schwarz drüber gemalt ist. So, und das letzte Bild in der Sammlung ist nochmal mit dem Tele rüber fotografiert, rechts vom Half Dome. Da waren einfach die Bäume so schön freigestellt mit der Wolke dahinter. Also dahinter ist auch nochmal Fels. Da geht die Felswand noch weiter hoch. Und auf dem Kamm standen halt so ein paar Bäume. Und die waren so schön freigestellt durch die Wolke, dass ich das fotografieren musste. Da hat mir Christian geholfen. Also Christian Zwengel, mein Bandkollege, der ist ja auch Fotograf. Und als ich ihm das Bild gezeigt habe, hat er gleich das Tablet genommen. Ich habe es ihm in Lightroom gezeichnet. Da hat er gleich in Lightroom noch weiter rum editiert und an den Kurven gedreht. Das ist eigentlich Christians Version, die ihr hier seht. Sollte ich mir vielleicht mal eine Version erstellen und ihm sagen, das ist Christians. Genau, damit ich das weiß, dass er das gemacht hat. Wenn ich jetzt weiter dann rumdrehe, dass ich das dann wieder finden kann, was er gemacht hätte. Und das war's. Danach sind wir dann nur noch wieder abgefahren. Wir sind wieder im Süden rumgefahren, in diesem großen Wasser, was da vorbei ist. Eigentlich genau wie letztes Mal nach San Jose. Ich habe Jens am Hotel abgesetzt. Ich bin dann zum Flughafen gefahren, habe das Auto abgegeben, musste nochmal nachzahlen, weil ich eigentlich gesagt hatte, ich gebe das Auto um 15.30 Uhr ab. Ich dachte, das reicht. Aber wir sind dann so lange wandern gewesen, dass wir es natürlich nicht bis 15.30 Uhr geschafft haben. Und ja, haben dann halt einmal einen Tag nachzahlen müssen und sind ins Hotel. Wir haben dann gleich irgendwie Kollegen getroffen. Essen gegangen und dann ging die Woche da so seinen Lauf. Ja, von der Woche selbst kann ich natürlich nicht so viel erzählen. Das ist halt Arbeit. Viel ist davon vertraulich. Wir haben noch ein Fotowalk gemacht an dem Donnerstag von, mit Baro, ein Arbeitsgeleger aus San Jose. Der hat uns so ein bisschen durch Downtown geführt und ein paar ganz nette Bilder gemacht. Die habe ich jetzt aber nicht mit drin. Das war auch nicht so dolle. Aber es war eine schöne Woche. Viel besprochen, viel gemacht, viel gesehen. Aber halt alles intern. Ich habe zum ersten Mal im neuen Adobe Tower gearbeitet. Wir haben ja zu den drei bestehenden hohen Bürotürmen, die wir da in San Jose schon hatten, jetzt einen vierten, dazu gebaut. Der heißt Founders Tower und der ist ein Büroturm. Also er ist wie beeindruckend groß, also deutlich größerer Footprint, also der Grundriss, die Grundfläche ist irgendwie doppelt so groß wie bei den anderen Türmen, jeweils einzeln. Aber zu dritt sind die natürlich auch schon sehr, sehr groß. Und der vierte ist genauso hoch, aber deutlich dicker sozusagen. Hat nicht so viel Steinfassade, sondern nur noch Fenster. Das ist ein moderner Glasturm. Eigentlich ein bisschen langweilig, aber das spiegelt natürlich schön. Da kann man auch schöne Fotos machen. Wäre ja auch erstaunlich, wenn das bei Adobe anders wäre. Unten drin ist ein kleines Museum. Da ist so ein paar Sachen ausgestellt. Aus der Historie, so eine alte Photoshop-Verpackung und sowas. Kann man reingehen, muss man. Also auch keinen Eintritt bezahlen. Kann man sich einfach angucken. Eine kleine Installation. Naja, ist jetzt kein Grund, um nach San José zu fahren und dieses Museum zu sehen. Gut. Ja, soviel zu der diesjährigen Amerika-Reise. Mal gucken, ob ich später im Jahr vielleicht nochmal wieder nach Amerika fahren kann. Aber es ist noch ein Urlaub geplant. Wir wollen im Sommer nach England fahren. Und ich werde wahrscheinlich auch morgen Zeitpunkt der Aufnahme, also wenn ihr diese Aufnahme hört, bin ich wahrscheinlich gerade in Birmingham auf der Photography- und Videoshow. Davon werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel berichten können, weil das halt, ja, ich fliege zwar hin und muss da arbeiten, vier Tage auf der Messe stehen, aber ich werde nicht viel Zeit haben, da irgendwas zu erleben. Aber ich bin ja im Sommer dann in England. Kann ich mir da ein bisschen Kultur angucken und Fotos machen. Genau, insofern kommen wir mal zu Herrn Rilke. Wir sind bei dem sämtlichen Gedicht in einem Band vollständiger Ausgabewerk auf Position 1938 von 6883. 28% sind geschafft. Wir sind im Requiem für Wolfgraf von Kalkreuth. Weiterhin wer kennt den Einfluss, der von unserem Handeln hinüberspringend in eine nahe Spitze und wer begleitet ihn, wo alles leitet. Dass du zerstört hast, dass man dies von dir wird sagen müssen, bis in alle Zeiten und wenn ein Held bevorsteht, der den Sinn, den wir für das Gesicht der Dinge nehmen, wie eine Maske abreißt und uns rasend Gesichter aufdeckt, deren Augen längst uns lautlos durch verstellte Löcher anschauen, dies ist Gesicht und wird sich nicht verwandeln, dass du zerstört hast. Blöcke lagen da und in der Luft um sie war schon der Rhythmus von einem Bauwerk kaum mehr zu verhalten. Du gingst herum und sahst nicht ihre Ordnung. Einer verdeckte dir den anderen. Jeder schien dir zu Wurzeln, wenn du im Vorbeigehen an ihm versuchtest, ohne rechtes Zutrauen, dass du ihn hübelst und du hobst sie alle in der Verzweiflung, aber nur, um sie zurückzuschleudern in den Klaffensteinbruch, in den sie ausgedehnt von deinem Herzen nicht mehr hineingehen. Hätte eine Frau die leichte Hand gelegt auf dieses Zornes noch zarten Anfang, wäre einer, der beschäftigt war, am innersten beschäftigt, dir still begegnet, da du stumm hinausgingst. Die Tat zu tun, ja hätte nur dein Weg vorbeigeführt an einer wachen Werkstatt, wo Männer hämmern, wo der Tag sich schlicht verwirklicht, wäre in deinem vollen Blick nur so viel Raum gewesen, dass das Abbild von deinem Käfer, der sich müde hineinging. Du hättest je bei einem hellen Einsehen die Schrift gelesen, deren Zeichen du seit deiner Kindheit langsam in dich eingeruchst, von Zeit zu Zeit versuchend, ob ein Satz, das dabei sich bilde, ach, erschien dir sinnlos. Ich weiß, ich weiß, du lagst davor und griffst die Rillen ab, wie man auf einem Grabstein die Inschrift abfühlt. Was dir irgend Licht zu brennen schien, das hieltest du als Leuchte von vor diese Zeile, doch die Flamme losch, wie du begriffst, vielleicht von deinem Atem, vielleicht vom Zittern deiner Hand, vielleicht auch ganz von selbst, wie Flammen manchmal ausgehen, du lasest nie, du lasest nie, wir aber wagen nicht zu lesen durch den Schmerz und aus der Ferne. Schwierig hier überhaupt einen Punkt zu finden, wo man kurz einen Absatz machen kann, weil es irgendwie alles aneinander greift. Ein paar Abschnitte kommen noch, Requiem, danach kommt dann das Buch der Bilder und es kommen wieder normalere Gedichte. So, Kapitelmarke setzen, wir kommen zu Herrn Johann Wolfgang von Goethe, die italienische Reise ist bei 15%, wir sind also bei Position 1289 von 8276 am 9. Oktober immer noch in Venedig. Augen zu und zugehört. Heute Abend ging ich auf den Markus-Turm, denn da war ich neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit zur Zeit der Flut von oben gesehen, wollte ich sie auch zur Zeit der Ebbe in ihrer Demut schauen und es ist notwendig diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinend zu sehen, wo vorher Wasserspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bebaute Flecke eines großen grau-grünlichen Morastes, den rumpfige Teil ist mit Wasserpflanzen bewachsen und muss sich auch dadurch nach und nach erheben, obgleich Ebbe und Flut beständig daran rupfen und wühlen und der Vegetation keine Ruhe lassen. Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmal ans Meer. Dort habe ich heute die Wirtschaft der Seeschnecken, Partellen und Taschenkrebse gesehen und mich herzlich darüber gefreut. Was ist doch ein lebendiges für ein köstliches herrliches Ding. Wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie seiend, wie viel nützt mir nicht mein bisschen Studium der Natur und wie freue ich mich es vorzusetzen. Doch ich will, da es sich mitteilen lässt, die Freunde nicht mit bloßen Ausrufungen anreizen. Die Meere entgegen gebauten Mauerwerke bestehen erst aus einigen steilen Stufen, dann kommt eine sacht ansteigende Fläche, so dann wieder eine Stufe, abermals eine sanft ansteigende Fläche, dann eine steile Mauer mit einem oben überhängenden Kopf. Diese Stufen, diese Flächen hineinsteigt nun das flutende Meer, bis es in außerordentlichen Fällen endlich oben an der Mauer und deren Vorsprung zerschellt. Hier ist eine Zeichnung, die genau das darstellt. Ganz rechts sind so ein paar Stufen, dann eine breite, schräge Fläche, dann ein kleiner Vorsprung, kurze Mauer und dann eine weitere lange Fläche und dann eine Mauer mit so einem Übersprung, Vorsprung. Unterschrift von dieser Zeichnung ist Mauern bei Palestrina, Lido von Venedig, Zeichnung von Goethe. Hat er sich aber Mühe gegeben. Handschriftlich auch beschrieben. Dem Meere folgen seine Bewohner kleine essbare Schnecken, einschalige Portellen und was sonst noch beweglich ist, besonders die Taschenkrebse. Kaum aber haben diese Tiere an den glatten Mauern Besitz genommen, so zieht sich schon das Meer weichend und schwellend wie es gekommen wieder zurück. Anfangs weiß das Gewimmel nicht, woran es ist und hofft immer, die salzige Flut soll wieder kehren. Allein sie bleibt aus, die Sonne sticht und trocknet schnell und nun geht der Rückzug an. Bei dieser Gelegenheit suchen die Taschenkrebse ihren Raub. Wunderlicher Wunderlicher und komischer kann man nichts sehen als die Gebärden dieser aus einem runden Körper und zwei langen Scheren bestehenden Geschöpfe, denn die übrigen Spinnenfüße sind nicht bemerklich. Wie auf stelzenartigen Armen schreiten sie einher und sobald eine Patelle sich unter ihrem Schild vom Flecke bewegt, fahren sie zu, um die Schere in den schmalen Raum zwischen der Schale und dem Boden zu stecken, das Dach umzukehren und die Auster zu verschmausen. Die Patelle zieht sachte ihren Weg hin, saugt sich aber gleich fest an den Stein, sobald sie die Nähe des Feindes merkt. Dieser gebärdet sich nun wunderlich um das Dächelchen herum, zieht gar zierlich und affenhaft, aber ihm fehlt die Kraft, den mächtigen Muskel des weichen Tierchens zu überwältigen. Er tut auf diese Beute verzicht, eilt auf eine andere Wandernde los und die erste setzt ihren Zug sachte fort. Ich habe nicht gesehen, dass irgendein Taschenkrebs zu seinem Zweck gelangt wäre, ob ich gleich den Rückzug dieses gewimmels stundenlang, wie sie die beiden Flächen und die dazwischen liegenden Stufen hinabschlichen beobachtet habe. Den 10. Oktober Nun endlich kann ich dennoch sagen, dass ich eine Komödie gesehen habe. Sie spielten heute auf dem Theater St. Lukas Le Baruge Tiozotte vielleicht so, welches allenfalls zu übersetzen wäre die Rauf- und Schreihändel von Tiozza. Die Handelnden sind lauter Seeleute, Einwohner von Tiozza und ihre Weiber, Schwestern und Töchter. Das gewöhnliche Geschrei dieser Leute im Guten und Bösen, ihre Händel, Heftigkeit, Gutmütigkeit, Plattheit, Witz, Humor und ungezwungene Manieren, alles ist gar brav nachgeahmt. Das Stück ist noch von Goldoni und da ich erst gestern in jener Gegend war und mir Stimme und betragen, die See- und Hafenleute noch im Auge und Ohr wieder schienen und wieder klangen, so machte es gar große Freude und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht verstand, so konnte ich doch dem ganzen recht gut folgen. Der Plan des Stückes ist folgender. Die Einwohnerinnen von Tjotza sitzen auf der Rede vor ihren Häusern, spinnen, stricken, nähen, kippeln, klippeln wie gewöhnlich. Ein junger Mensch geht vorüber und grüßt eine freundlicher als die übrigen. Sogleich fängt das Sticheln an. Dies hält nicht Maße. Es schärft sich und wächst bis zum Hohne, versteigert sich zu Vorwürfen. Eine Unart überbietet die andere. Eine heftige Nachbarin platzt mit der Wahrheit heraus. Und nun ist Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgebunden. Es fehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, sodass die Gerichtspersonen sich einzumischen genötigt sind. Im zweiten Akt befindet man sich in der Gerichtsstube. Der Aktuarius an der Stelle des abwesenden Podesta, der als Nobile nicht auf dem Theater hätte erscheinen dürfen. Der Aktuarius also lässt die Frauen einzeln vorfordern. Dieses wird dadurch bedenklich, dass er selbst in die erste Liebhaberin verliebt ist und sehr glücklich, sie allein zu sprechen, anstatt sie zu verhören, ihr eine Liebeserklärung tut. Eine andere, die in den Aktuarius verliebt ist, stürzt eifersüchtig herein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichfalls. Die übrigen folgen, neue Vorwürfe häufen sich und nun ist der Teufel in der Gerichtsstube los, wie vorher auf dem Hafenplatz. Der dritte Akt steigert sich, im dritten Akt steigert sich der Scherz und das Ganze endet mit einer eiligen, notdürftigen Auflösung. Der glücklichste Gedanke jedoch ist in einem Charakter ausgedrückt, der sich folgendermaßen darstellt. Ein alter Schiffer, dessen Gliedmaßen besonders aber die Sprachorgane durch eine von Jugend auf geführte harte Lebensart stockend geworden, tritt auf als Gegensatz des beweglichen, schwätzenden, schreisieligen Volkes. Er nimmt immer erst einen Anlauf durch Bewegung der Lippen und Nachhilfen der Hände und Arme, bis er denn endlich, was er gedacht, herausstößt. Weil ihm dieses aber nur in kurzen Sätzen gelingt, so hat er sich einen lakonischen ernst angewöhnt, dergestalt, dass alles, was er sagt, sprichwörtlich oder sententiös klingt, wodurch denn das übrige wilde leidenschaftliche Handeln gar schön ins Gleichgewicht gesetzt wird. Aber auch so eine Lust habe ich noch nie erlebt, als das Volk laut werden ließ, sich und die Seinigen so natürlich vorstellen zu sehen, ein Gelächter und Gejauchze von Anfang bis zu Ende. Ich muss aber auch gestehen, dass die Schauspieler es vortrefflich machten. Sie hatten sich nach Anklage der Charaktere in die verschiedenen Stimmen geteilt, welche unter dem Volke gewöhnlich vorkommen. Die erste Aktrice war allerliebst, viel besser als neulich in Heldentracht und Leidenschaft. Die Frauen überhaupt, besonders aber diese, ahmten Stimme, Gebärden und Wesen des Volkes aufs anmutigste nach. Großes Lob verdient der Verfasser, der aus nichts den angenehmsten Zeitvertreib gebildet hat. Das kann man aber auch nur unmittelbar seinem eigenen lebenslustigen Volk. Es ist durchaus mit einer geübten Hand geschrieben. Von der Truppe Sachi, für welche Gott sie arbeitet und die übrigens zerstreut ist, habe ich die Smeraldina gesehen, eine kleine dicke Figur, voller Leben, Gewandtheit und guten Humors. Mit ihr sah ich den Brigheller, einen hagern, wohlgebauten, besonders in Minen und Händespiel trefflichen Schauspieler. Diese Masken, die wir fast nur als Mumien kennen, da sie für uns weder Leben noch Bedeutung haben, tun hier gar zu wohl als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeichneten Alter, Charaktere und Stände haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert. Und wenn man selbst den größten Teil des Jahres mit der Maske herumläuft, so findet man nichts natürlicher als dass da oben da droben auch schwarze Gesichter erscheinen. Ja, und mit dem 11. Oktober immer noch in Venedig geht es dann in der übernächsten Episode weiter. Für heute ist jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, ihr seid alle gut eingeschlafen. Findet guten Schlaf. Hier ist ja gerade Frühling 2024, wann auch immer ihr das hört. Hier bricht gerade alles auf. Die Natur liegt richtig los. Heute scheint noch ganz toll die Sonne. Es ist Frühling und es gibt hier so was wie Frühlingsmüdigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich werde eigentlich immer eher wach von der Sonne. Aber das hilft dann ja auch abends besser einzuschlafen. Also ich schlafe im Moment tatsächlich ein bisschen besser, weil man eben tagsüber ein bisschen Licht abbekommt. Also in diesem Sinne ich wünsche euch allen ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist sehr sehr wichtig und insgesamt eine gute Zeit, vor allem Gesundheit. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht.